So, Harl, komm. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal gegen die anderen Roboter da vorne kämpfen. Ich werde meine Pistole rausnehmen. Die haben selber Pistolen und wir müssen auf jeden Fall gut ausweichen. So, Harl, kämpf gegen die. Hol sie dir. Schnapp sie dir, Tiger. Oh, Robert ist auch am Start, Leute. Oh, komm, ich helf mit. Auf die Roboter, so.